Ja, Ihnen ist, würde ich sagen, durchaus eine große Überraschung gelungen. Was ist das hier für ein Modell? Kennt natürlich keiner von uns. Ja, das ist ein 918 Spyder, eine Konzeptstudie. Typische Porsche-Gene, sportlich, effizient und höchste Lindner Lithium-Ionen-Batterie. Und ich denke, das ist das, worauf die Welt gewartet hat. Das ist das, worauf die Welt gewartet hat. Das ist das, worauf die Welt gewartet hat.